hallo mal die mummies willkommen zu einer weiteren runde von counter strike condition 0 wer bock hat günstig wer nicht denn nicht alles durch selbst überlassen ich hoffe euch jetzt ein gut seit im mutium wird und so ein lebewesen denn das ist wichtigste ich sag dazu nur noch erfolgreich das erste level das gemeistert haben natürlich auf unser hat denkt aber nicht wie kein profi und dann spielen geht es jetzt weiterhin office wir müssen auf jeden fall ein feind mit einer maschinenpistole ausschalten und eine geiselin ich würde sagen hat die menschen wir kriegen noch einen geilen typen mit dabei wir nehmen wir in morris oder was steht jetzt habe ich umgenannt mit springen und sind so kinder und maschinen automatisch kaufen dass unsere maschinenpistole springen okay hier ja vielleicht die will ich nicht daran aber ich denke ich denke ich werde einfach was ich auch nicht schaffe hinter gucken der ein glück hat der ein glück hat egal sein kill hammer wo war das noch mal erfüllt aber wir müssen die geisel retten alles klar ich bin noch am start einer einer gegen zwei fängt das super an eigentlich bin ich da in diesem spiel gut aber man kann ja viel sagen erste runde und alles noch einfach nicht eigentlich peinlich peinliche leistung aber ist auch scheiß egal ich bin kein profi ich habe spaß damit der bock hat 50 wenn ich bin ich alles euch selbst überlassen und abonniert den kanal hat er nicht direkt alle mit direkt alle mit was eine maschine der typ ich hätte nur eine genommen muss ja nur eine retten cool damit haben wir die runde gewonnen geil gemacht geil gemacht ein bisschen zu verwirrung gesund geht die post ab wir müssen die geisel retten da hat da ist weg links oder rechts rechts wo ich schon mal ein homie früher wir haben das gesuchtet ne ehrlich unser beste war experte also auf jeden fall wir haben das gesucht und experte war übertrieben wir haben alles durchgeballert aber hat er jahrhunderte gedauert deswegen also ein display von experten wie die nie kommt das können wir dann zehn jahre noch machen vom meter kurz schon hier rum dann sind wir nicht im urlaub aber eigentlich hat auch doof von mir ich habe dann mitgenommen das spiel ende jetzt ja gehen wir noch mal zurück jetzt wenn ich jetzt wieder erschroffen so geht das ja die homie army gelegt los hier dann haben wir die runde jetzt mal gewinnen hat der mich der junge die mummisch der maschine ich muss auf jeden fall einmal nachladen ändern und anstrengungen die homie die maschine bleib ruhig jungs bleibt ruhig jungs ich hole mir den penner oh soll ich den anquatsch kommen oh sorry alles gut bei dir hast du doch keine dinge das tut mir leute ja ich komm muss eine andere penner der ist abgehauen wieso hatte ist der vollblut der andere war verblut also meine auf jeden fall aber der andere war das ist ja da steht ja oder hat er eine geise mitgenommen der ersten kleinen versäuchten ich guck mal da guck mal da auf einmal steht er da oder ob da so ein kenner kurz und schmerzlos so wie ich das mag so wie ich das mag meine mummies einfach nur geil meine mummies ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen wünsche ich noch einen wunderschönen tag entweder sehen wir uns im nächsten livestream im nächsten video oder im nächsten part ich sag dazu nur und auf wiedersehen